Penelope, Wirbelwind mit Herz, der einfache Weg kann nie der richtige sein. Kapitel 1 Hi, ich bin Penelope und von Anfang an habe ich nur Ärger gemacht, sogar schon, als ich noch im Bauch meiner Mutter war. Wenn sie schlafen wollte, habe ich ordentlich herumgezappelt und später habe ich meinen kleinen Hintern immer fest gegen ihren Magen gedrückt, sodass ihr übel wurde. Zuerst hatte ich gar keine Lust, auf diese beschissene Welt zu kommen, weil ich spürte, dass meine Mutter mich nicht wollte. Aber dann habe ich es mir anders überlegt. Ich war einfach zu neugierig auf das, was man da draußen wohl alles so erleben konnte. Jedenfalls habe ich mir mit Absicht einen richtig scheußlichen Tag ausgesucht, um auf die Welt zu kommen. Seit dem Morgengrauen fegte ein gewaltiger Atlantiksturm über das kleine irische Dorf, rüttelte an Fenstern, Türen und Dächern und in der Nacht gesellte sich auch noch ein heftiger Regen dazu. Er peitschte über die Felder und weichte die Böden auf. Jede Kreatur, die bei diesem Wetter draußen war, konnte einem nur leid tun. Aber schließlich konnte man nie früh genug damit beginnen, sich für dieses sogenannte Leben zu rüsten. Meine Mutter schaffte es nicht mehr zum nächsten Krankenhaus. Und so kam ich zu Hause zur Welt. Sie schrie wie am Spieß. Das konnte ich auch. Sehr gut sogar. Ich wurde Penelope genannt. Mein Name stammt aus der griechischen Mythologie, die Frau des Odysseus und die Mutter des Telemachos. Penelope ist das Musterbeispiel einer treuen Ehefrau und so weiter. Naja, das werden wir erstmal abwarten. Viel lieber hätte ich den Namen Amalia getragen. Wie Amalia Mary Ershardt, die erste Frau, die den Atlantik überquerte. Oder Ellie, wie Ellie Beinhorn, der als erster Pilotin im Soloflug also ganz alleine der Umrundung der Erde gelang. Aber egal. Hieß ich eben Penelope. Ich würde sowieso in die Geschichte eingehen. Egal mit welchem Namen. Ich war klein. Naja, und? Jeder Besucher, der kam und seinen Dickschädel in meine Wiege streckte, sagte, Oh, die ist aber klein. Und Haare hat sie auch keine. Da scheiße ich doch drauf. Ich werde schon noch wachsen. Und meine Haare ebenso. Vor acht Monaten war ich nicht mal so groß wie eine Erbse. Und jetzt? Ha, sollten sie doch reden, was sie wollten. Ich würde mein Ding schon durchziehen. Nach zwölf Monaten auf dieser Welt wurde mein erster Geburtstag gefeiert. Kann man mal sehen, wie doof die alle sind. Denn zu diesem Zeitpunkt war ich ja schon ein Jahr und achteinhalb Monate alt. Im Alter von drei Jahren gab es meiner Mutter auf, meine Haare bändigen zu wollen. Und von da an standen mir unbezwingbare, rote Locken, wild vom Kopf ab. Mein Vater, einen Russen, bekam ich übrigens nie zu Gesicht. Mit fünf durfte ich selbst entscheiden, was ich anziehen wollte, weil ich mich sonst keinen Zentimeter aus meinem Zimmer bewegte. Sobald ich gut genug lesen konnte, verschlang ich Bücher über Familien, die ausgewandert waren. Ja, ich musste nach Amerika, in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, nach New York. Eine Weltmetropole, eine pulsierende, lärmende, niemals ruhende Stadt. Das musste Freiheit sein. Das war mein Ziel. Ich wusste nicht, wo ich hingehörte. Denn hier hatte ich mich nie zu Hause gefühlt.